Kaum zu glauben, aber das Wochenende ist wieder da. Ich habe noch mal geschaut, was am Wochenende so geht und ja, da steht der Bär. Und wir lüten das Wochenende gleich mit richtig viel Bass ein. Beim Magic Mountain Festival im K-Shake kommt dank drei verschiedenen Floors wirklich jeder auf seine Koste. Ganz egal ob Drum'n'Bass, Hardstyle oder Hip-Hop. Ab 22 Uhr bis am Sonntag am 8. am Morgen lädt man es dort Körig Zschäpern. Und im Rauch in Fälkirch sind sie über beide Ohren verliebt. Beim Friday I'm in Love gibt es die Schane Stücke aus den letzten drei Jahrzehnten. Also wagen euch am Freitag ab 22 Uhr auf eine musikalische Zeitreise. Und 20 Jahre Coop in Bregenz hofft ab Samstag um 20 Uhr. Dort bietet euch kein anderer als Candy Can und das Kollektiv Sandgasse ein Show vom Feinsten. Und nur ein Katzensprung davor entfernt wird wieder ohne Soundtanz. Bei der Silent Disco in der Beach Bar in Bregenz. Also stecken eure Zehe in Sand, Kopfhörer ins Ohr und tanzen ab 18 Uhr in die Nachthine. Und genauso viel Urlaubsflair gibt es auch in Lustenau beim Sender. Beim Ballando-Orbert. Dort trifft Ricky Martin auf Pitbull und Jenny from the Block flirtet mit Fonzie. Ab 22 Uhr könnt ihr dort eure Latino-Hüftschwünge ausserloh. Und wer was auf die Ohren möcht, kriegt das natürlich für uns im Ländle. Und zwar auf dem Poolbar-Festival mit Lea und Ant Antic. Und in Dornbirn zeigt die 18-jährige Emily ihr Können. Und ja, sie kann was. Ab 20.30 Uhr singt sie für euch leicht vom Marktplatz. Also euch allen dann ganz viel Spaß zum festen und wunderschönen Wochenende.